so leute ich kann leider nicht live streamen ich bin scheiße pause drücke also die lange pause werde ich rausschneiden wenn ich euch gefällt episode 4 oder 3 respektive im pflanzenhaus es euch gefällt liken und viel spaß bei dem respekt 2 video ja Das war's für heute. Das ist sehr heftig. Das ist sehr heftig. Doch eine Granada mitnehmen, sicherheitshalber. Warte mal, dass ich zwar ein blaues Kraut euch aufgehoben hab. So, wenn wir hier ein Kraut mitnehmen. Und dann auch das. So, wie einfach kombinieren. So. 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 wenn sie gekühlt ist, können wir die einbringen. Wir können die hier einbringen, wenn sie relativ große Pflanzen wahrscheinlich zerstört. Sollte. Perfekt. Sollte. Sollte. Hey Surfer, aber wir müssen hier zur Tieftemperatur. Tesla. Sagt so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, you must win. Okay. Here's the Maus right. Here's the Maus. 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 Here's the Maus.